Das Tolle am Oberland ist einfach, dass wir in einer Gegend arbeiten dürfen, wo andere viel Geld zahlen, um hier Urlaub zu machen. Also ich finde es gut, dass ich durch meine Milch, meinen Joghurt und meinen Käse dazu beitragen kann, dass Menschen sich ernähren können und das auf so einem Hof, in so einer Gegend. Was will man mehr? Mein Oberland. Meine Heimat. Radio Oberland.